Neustart, 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 Neustart! Warum höre ich dann Go? Ich habe doch Go gesagt. Ja, ich meine, aber warum das? Ja, wieso muss ich immer einleiten? Weil du unser Einleitungshauptleister bist. Ja, ich kann sagen, du leitest alles ein. Natürlich. Hallo erstmal. Ich wusste ja gar nicht, ob sie es wussten. Ach nee, doch, nee. Scheiße, ich habe geklickert. Moin Moin Leute und ein allerherzlichstes Willkommen zu einer neuen Season F1 22. Hier auf unserem YouTube-Kanal dabei sind Mike, Dodo und Alex. Hi. Es geht. Hallo. So, die sind heute alle so... ...umisch drauf. Ich sag es euch. Ja, es euch. Oh, das war die Wände. Oh. Okay. Ich hab auch absolut am Start verbremst. Ich hab auch mit dem Switch-Controller gespielt. Wenn ich halt auch auf Platz 19 bin. Ich bin 20. Oh, meine Hasskurve. Oh, Alter. Ich hab mich voll gedriftet. Ich hab mich voll gedriftet. Ich hab mich voll gedriftet. Ja, das wird so schwierig. es ist das so schwierig mensch erster wie könnte das passieren 20 16 das sind das für ein müll alter wird nämlich verarschen das spiel das du hast ja diese rotze angemacht junge ich dachte ich könnte einfach durch fahren du bist du qualifiziert ja weil ich nicht es ist auf jeden fall jugendfrei diese sendung es ist auf jeden fall jugendfrei diese sendung er hat früh gestartet aber dafür muss ich mit den stress der hat die freundfügel kaputt und fünf sekunden strafe ich gut OH SHIT! Fast shift began. Alfa Romeo. Hm? Romeo. Verstehtige. Oh Romeo, hast du kein Problem? Diesen Satz, ne? Ich hab ihn gar nicht vermisst. Hallo? Nein. Ich hab's vonerst. Er pisst nicht, Junge. Ich sag es dir. Alex Pelkin, ja? Revanche und so. Ich fick dich weg, du Hobo-fürst. Hallo. Ja, Mike, jetzt fängst du schon wieder damit an, oder was? Ja, er hat ja da freie Fahrt. Ja. Auf dem letzten Platz meinst du? Ja, deswegen, ja. Deine Fresse! Sonst kommt er dir dann auch da vorne. Das muss er erst mal schaffen. Hä? Der Platz du bist. Elf. Gleich letzter. Wenn ich ihn rausgedreht hab. Hä? Gezählschrauben? Noch keine. Ich hab mich gebessert. Alex, was war das denn? Hast du die Kurve zu weit genommen? Ja, erstmal lebt das Maul so weit auf mit deinem Controller. Vorsicht, Schumacher will dich. Was? Jo, Alter, der will dich aber richtig hart. Du kommst hier nicht vorbei! Hallo, könnt ihr das bitte mal anderes machen? Vielleicht, wenn ich vorbei gefahren bin? Also, die Szene von Chris werde ich gerne mal sehen. Du wirst sie dann. Joge! Aber ich komm an Russell nicht mehr ran. Russa! Du Russa Laser! Gib mir sofort alle deine Erdnüsse! Erdnüsse? Erdnüsse? Erdnüsse. Die Kurven hier mag ich nicht. Weil du sie einfach nicht fahren kannst. Nee, weil die scheiße sind. Ein wunderschönen David wünsch ich dir. Ein wunderschönen David, was ist denn das? Ja, ist Neuer. Manuel Neuer? Ja. Oder doch, Franz Beckenbauer. Ist Franz Beckenbauer. E. Karl Heinz. Legende, Alter. Mal heiz. Wallah! Schau zu da vorne. Ihr habt große Fresse gehabt, ja? Ja, ja. Ey, ich hab niemals... Und jetzt bist du selber hinten. Jaaa. Du Mobber. Du Lulatsch, du. Gehen sie wieder alle auf mich? Na ja, Bahrain ist ja auch nicht meine Karte. Hast du überhaupt eine Karte? Nein, nein, nein. Vor allem noch was anderes gesagt? Nein, hab ich nicht. Ich hab gesagt, die zweite Karte zieh ich euch ab. Jaaa. Du bist der erste, der stirbt auf der zweiten Karte. Das ist die zweite Karte. Das ist die zweite Karte. Saudi Arabien, glaub ich, war die zweite. Ja. Das ist die mit den langen Geraden. Das ist die High Speed Strecke. Die man nennt schnellen Kurven, meint der. No, ich bin dead. Ich wollt grad sagen, hab ich auch... Oh, oh! Oh, oh! Das hat Season aufgegeben. Ha! Ich bin nicht der Erste. Ihr Lutscher. Mein Controller ist einfach ausgegangen. Was für Uhren? Das sind mal Selbstzerstörung. Minus 10 Punkte. Das war wie die Motorfehlfunktion. Da fährt er nicht mehr mit dem Lenkrad oder was? Nein. So, da geh ich jetzt fix pinkeln. Ihr habt hier... Warte, ich hau euch Dodos Sicht rein. Da gibt's... Obwohl... Ne, da gibt's eh nicht so viel zu sehen. Mach mal nochmal. Wir gehen auf den Mic sein. Aber bei mir ist auch nichts. Ja, dann gehen wir auf Alex. Aber er ist ja eh hinter dir. Kameratyp, so. Bis gleich. Bis gleich. Viel Spaß. Tschüss. Das ist deine letzte Runde. Die letzte Runde des Rennens. Ha! Nicht letzter. Offiziell schon? Nein. Von den fahrenden Autos bist du der Letzte. Ja, vielleicht. Ja, vielleicht. Ja, nat... Ja wahrscheinlich! Das ist doch logisch! Natürlich. Mike, der alte Cheater. Beste Zeit. Mal des Tages. Ich hatte die beste Zeit. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Rinnjauern! Tschüss! Tschüss! Muss ich immer bester. Der hört sich Notre Zeater.